Kompakt und doch leistungsstark. Dieser potente Gaming-PC aus dem Hause Corsair hat gewaltig Leistung auf geringem Raum zu bieten. Mit dem Maßen von 20 x 17,5 x 38 cm ist dieser Rechner gerade mal so groß wie die alte PS3. In Sachen Leistung erwartet uns jedoch aktuelle Oberklasse Hardware. Mit Intels Schlachtschiff i7-7700K legt Corsair schon mal gut vor. Per Turbo-Modus arbeitet dieser CPU mit bis zu 4,5 GHz. Im Standardmodus 4,2. Wer noch mehr Tempo will, kann den Prozessor sogar noch weiter übertakten. Die verarbeiteten Daten schiebt die CPU in den mit 16 GB sehr ordentlich bemessenen Arbeitsspeicher. Für die grafische Darstellung gibt's im Paket Nvidia's GTX 1080, nur das Feinste vom Feinsten also. Eine SSD fehlt natürlich auch nicht. Ein Modell mit satten 894 GB Speicher hat Corsair hier verbaut, um mit diesem Leistungsmonster Ladebalken überflüssig zu machen. Ob nun Dragon Age Inquisition in Full HD mit 133 Frames pro Sekunde oder doch GTA in voller 4K-Auflösung mit 46 Frames pro Sekunde, nichts scheint in Corsair One zu bremsen. Einziges Manko dabei, trotz zweiter Wasserkühlung für CPU und Grafikkarte suchen die Lüfter unter Volllast mit 3,4 Sohn. Immerhin ist das Maschinchen dabei sparsam und begnügt sich mit durchschnittlich 65 Watt. Gänzlich in der digitalen Welt angekommen, verzichtet Corsair bei ihrem Schmuckstück auf DVD-Laufwerk und Kartenleser. Ein späteres Nachrüsten kann man sich da allerdings auch sparen, da bei der kompakten Bauart nur wenig Spielraum bleibt.